Ja, hallo Marion. Wie sieht es denn aus? Wie geht es denn mit den Barcamps weiter? Ich glaube, die Stimmung war ganz positiv. Vielen ist jetzt die Methode klarer geworden. Sie wissen jetzt, was damit anzufangen. Die Atmosphäre, glaube ich, ist auch sehr gut angekommen. Und ich glaube, es wird wirklich gesehen, da denken wir darüber nach, wie können wir diese Methode hier weiter einsetzen. Und eine Sache ist ja auch schon geplant, auf die ich mich freue, weil ich glaube, dass die Leute aus dem Jugendbereich dann auch ganz tolle neue Akzente und neues Wissen reinbringen wollen. Aber ich glaube, es wird weitergehen. In welcher Form? Das zeigt sich dann. Alles klar. Vielen Dank. Und du? Du warst doch bei Social Media, oder? Wie war das denn? Also ich war bei Social Media, oben bei Bianca. Und wir haben uns nochmal dem Thema Facebook gewidmet, Twitter, und haben geschaut, was man für Ideen noch anwenden kann innerhalb des Bibliotheksalltags. Also im Moment posten ja relativ wenige für so eine große Institution und dass das vielleicht nochmal auf mehrere verteilt wird und dass man vielleicht auch noch mit die VHS ins Boot holt. Dass man da halt schaut, ob die nicht vielleicht nochmal gerne in den Social Media Bereich breiter gestreut, beziehungsweise auch noch ihre Meldungen abgeben wollen. Also hattest du schon das Gefühl, dass da jetzt neue Impulse nochmal in diesen Bereich unserer Arbeit gekommen sind durch diesen Austausch? Und auch in diesem Bereich und generell, also in jeder Session konnte ich neue Impulse mitnehmen und das ist das, was ich heute auch am meisten mitnehme. Ja, ich fand das also auch ziemlich klasse. Wir machen weiter. Auf jeden Fall.